Willkommen im Netzneutralitätsvortrag. Der Subtitel hat sich geändert, wie ihr vielleicht merkt. Es ist nicht mehr One Year Closer, wie es noch angekündigt war, sondern The State of the Debate. Wie gesagt, der Vortrag heute ist ein bisschen eine Fortsetzung zu dem von der DNP 12. Deswegen gibt es auch nicht so viel Einführung in das Thema selbst diesmal. Trotzdem werde ich aber jetzt trotzdem noch kurz erklären, was Netzneutralität ist. Im Kern ist Netzneutralität das Ende-zu-Ende-Prinzip. Das heißt, dass wir mit jeder Hardware und jeder Software jeden Dienst und jedes Protokoll nutzen können, ohne dass irgendjemand in der Mitte, also im Netzwerk, mitredet oder entscheidet, irgendwas blockiert, verlangsamt oder beschleunigt. Das ist ein neutrales Netz und das führt zu einer Gleichbehandlung im Netz von allen Ideen. Das ist einerseits, wenn man sehr kapitalistisch denkt, der perfekte Markt, weil alle Angebote gleichberechtigt sind und nur die Nutzer entscheiden. Gleichzeitig ist es etwas sehr Kommunistisches, weil alle sind gleich. Hat nur Vorteile, könnte man denken, und das sollte eigentlich jeder dafür sein. Wichtig ist für die Idee von Netzneutralität, dass die Innovation an den Enden des Netzwerkes passiert. Es ist nicht der große Provider der ISP, der mit neuen Ideen kommt, der entscheidet so, das ist jetzt das tolle neue Produkt und dann rollen wir es raus, sondern es sind irgendwelche Menschen an den Enden des Netzwerks, die sich einfach entscheiden, eine tolle neue Idee umsetzen zu wollen und das machen können. Das Netzwerk ist neutraler und erlaubt allen Dinge zu tun, die noch nie vorher da waren. Es ist trotzdem dieselbe Infrastruktur, die sie verwenden können. Das ist unsere Kampagne, unser Netzat-Team. Da findet ihr inzwischen einen Haufen an Informationen zu dem Thema. Wir aktualisieren diese Homepage wirklich regelmäßig und vor allem in den Dokumenten und Ressourcen findet ihr wahnsinnig viel von unserer Arbeit. Ganz wichtig ist hier oben für eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität in Österreich. Das war der Fokus vom letzten Jahr. Wir behalten das noch bei, aber in der letzten Zeit, muss man sagen, ist die Debatte, ob wir es wollen oder nicht, eine europäische geworden. Es gibt nämlich eine Verordnung der EU, die seit Donnerstag öffentlich ist und auf die werde ich am Ende noch ganz stark eingehen, weil das wird das Endgame in diesem Thema. So viel sei gesagt. Vielleicht noch kurz zu unserer Kampagne. Wir haben uns so grob mit kleinen Unterbrechungen eigentlich alle zwei Wochen getroffen für interne Arbeitstreffen. Das heißt, da ist ein richtiges Team von Leuten und ich stehe hier auch nur repräsentativ für eine Gruppe von Menschen, die sich in Österreich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich kann auch wirklich stolz sagen, dass wir auch einen riesigen Kompetenz-Sprall dahinter haben. Das sind wirklich viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Jobs, die dieses Thema wichtig finden und unsere Arbeit wichtig finden und mithelfen. Es gab 16 externe Veranstaltungen, das ist wirklich von Podiumsdiskussionen über einen Multi-Stakeholder-Dialog in Straßburg des Europarates bis zu irgendwelchen Kuschelrunden, wo man Providern mal erklärt, wieso das ein Problem ist, was sie da vorhaben. Wir haben drei Papers veröffentlicht. Unser Positionspapier, in dem wir darlegen, was wir wollen und wieso wir es wollen, wie wir es argumentieren. Wir haben eine Stellungnahme geschrieben auf das Positionspapier der RTR, unsere Regulierungsbehörde. Die haben sich nämlich auch im letzten Jahr geäußert zu diesem Thema. Und wir haben eine Synopsis geschrieben, also einen Vergleich aller bestehenden Netzneutralitätsgesetze, um einfach zu untermauern. Das ist keine Hexerei, so ein Gesetz, wie wir es fordern, das gibt es woanders schon. Und in den Medien waren wir grob 22 Mal. Wir haben keine professionelle Medienbeobachtung, aber das ist, was wir zählen konnten. So ungefähr in Futurezone, Standard, Korea, Ö1, FN4, ORF, AT und Netzpolitik.org. Wie gesagt, es gibt Länder mit solchen Gesetzen. Die Niederlande sind eines davon. Das war schon im Mai. Und auch Slowenien hat ein Gesetz zur Netzneutralität. Das heißt, es gibt schon zwei europäische Länder, die sich national dazu entschlossen haben, dieses wichtige Thema gesetzlich zu verankern. Soviel aber zum Rechtlichen. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Technischen. Die Leute, die schon beim letzten Jahr da waren, kennen das noch. Das ist NetNeutralityMap.org. Das ist ein Projekt von uns, in dem visualisieren wir eine Art von Verstoß von Netzneutralität. Da geht es nur um protokollspezifisches Diskriminieren. Also wenn ein Provider sagt, BitTorrent ist langsamer als das normale WWW. Oder wir wollen, dass Flash-Videos langsamer ausgeliefert werden in unserem Netz. Das messen wir hier und das visualisieren wir hier und wir sehen in den zwei Grafiken, oben ist das letzte Jahr vom letzten Vortrag und hier unten sogar auf BitTorrent gefiltert, sehen wir, es ist viel grüner geworden. Wieso? Hier, das ist eine extra Auswertung, die wir für diesen Vortrag gemacht haben. Das protokollspezifische Verlangsamen wird weniger. Der Trend geht eindeutig zum anbieterspezifischen und priorisieren. Das heißt, es ist nicht mehr der Fall, dass ein Provider einfach sagt, ich will, dass mein Netzwerk nicht verstopft ist, ich will nicht ausbauen, aber ich habe so viele BitTorrent-Nutzer in meinem Netz, deswegen verlangsame ich BitTorrent. Von dem kommen sie immer mehr ab. Da gab es einen großen Aufschrei, das traut sich heutzutage, kein ISB mehr. Aber was wir im zunehmendem Maße sehen, ist, dass man dann so einen Deal macht mit Spotify oder mit irgendeinem TV-Anbieter und von denen Geld verlangt oder von seinem Kunden Geld verlangt, dafür, dass dieser Service prioritär behandelt wird. Das heißt, da wird auf einmal das etwas, was vorher so eine Praxis war, um den eigenen Netzausbau zu reduzieren, ein neues Geschäftsmodell. Und das ist der Kern der Debatte, wo wir heute sind. Das sieht man auch sehr gut, wenn man unseren Zahlen nicht glaubt, obwohl sie alle Open Data sind und nachprüfbar. Das sind Zahlen von BEREC. BEREC ist das Gremium der europäischen Regulierungsbehörden. Also in Österreich gibt es die RTR, das ist die Regulierungsbehörde, die sich bei uns um Internet und Funkfrequenzen kümmert. Und die sind mit allen anderen europäischen Regulierungsbehörden in diesem BEREC, in diesem Gremium und machen da eigentlich recht gute Arbeit. Die haben auch einmal auf Rat der EU-Kommission so eine Erhebung gemacht und hier sehen wir, dass die Hälfte aller Mobilfunknutzer in Europa schon von einer Einschränkung der Netzneutralität betroffen sind. Hauptsächlich noch in ihren Verträgen, weil sie zuerst einmal wird ein Provider die rechtliche Basis schaffen müssen, dass er überhaupt anfangt, in seinem Netzwerk Unterscheidungen einzubauen. Und oft fehlt es ihnen noch an den technischen Mitteln, um diese Dinge dann wirklich zu implementieren. Das ist die Kernsache der ganzen Präsentation. Das hier ist der Versuch, irgendwie das ganze Thema in einer Grafik zusammenzufassen. Wir haben hier drei Bereiche. Wir haben mal dieses Best-Effort-Internet. Best-Effort heißt, alle Daten werden gleich behandelt. Ich tue mein Möglichstes, um jedes Datenpaket so schnell wie möglich von A nach B zu bringen. Und das ist das echte Internet. Das ist neutrales Internet. Da wird nichts blockiert, nichts verlangsamt, nichts priorisiert. Alle sind gleich. Das ist, was wir haben wollen. Dann gibt es diesen Bereich der Transport- und Dienstklassen. Das ist so dieses Argument, ja, aber wenn mein E-Mail eine Sekunde später ankommt, dann ist mir das wurscht. Aber ich will, dass mein Videostream nicht druckelt. Das ist ein valides Argument. Das hört man oft so als Totschlagargument für die ganze Debatte, aber das muss es gar nicht sein. Es gibt einen Unterschied zwischen der zeitkritischen Komponente von Diensten. Und für dieses Problem, dass mein E-Mail mir nicht so wichtig ist in der Zeit als mein Videostream oder mein Skype-Gespräch, gibt es drei grobe Lösungen oder Meinungen für dieses Problem. Die Extremmeinung kommt von Barbara von Schewig, einer Deutschen, die in Stanford unterrichtet und ein irrsinnig gutes Buch geschrieben hat, Internet Architecture and Innovation. Und die sagt, wir dürfen gar nicht in irgendeiner Form hier im Netzwerk manche Dienste priorisieren und andere verlangsamen, weil damit verlieren wir das, was das Internet toll und groß gemacht hat. Nämlich diese enorme Innovationsfähigkeit, die da drin steckt. Wenn wir anfangen im Netz Unterscheidungen zu machen, dann verlieren wir dieses Potenzial für neue Innovation und dann verbauen wir die neuen Dienste, die sich noch keiner ausgedacht hat, die aber sicherlich kommen werden in der Zukunft, wie wir es in der Vergangenheit sehen können. Das ist die Extremposition. Eine andere Meinung wäre und das finden wir zum Beispiel im niederländischen Gesetz als eine Lösung für dieses Problem, ich kann Dienste priorisieren, aber ich muss Dienste gleicher Art genauso schnell durchleiten. Das heißt, wenn ich Telefonanrufe im Internet priorisiere, dann muss ich alle Telefonprotokolle und alle Anbieter genauso schnell durchleiten. Wenn ich Videostreaming priorisiere, dann muss ich auch alle Videostreaming-Protokolle und Anbieter genauso schnell durchleiten. Das ist eine gute Lösung. Wir haben noch eine dritte, die ist technisch im Moment noch schwierig umzusetzen, aber das wäre wirklich unser Optimum. Und zwar, dass man sagt, meine Applikation entscheidet das. Mein Mail-Client weiß doch, dass er eine Mail verschickt und kann sagen, ja, normales Datenpaket, kümmere dich nicht. Aber mein Skype-Client, mein Mumble-Client, der kann sagen, das ist wichtig, da geht es um etwas Zeitkritisches und ich setze dieses Priority-Flag. Damit haben wir das Ende-zu-Ende-Prinzip gerettet. Damit entscheidet immer noch die Applikation am Ende des Netzwerkes, wie schnell oder langsam die Daten transportiert werden können. Das wäre unsere optimale Lösung. Und jetzt zum kritischen Bereich. Dem, der uns wirklich Kopfschmerzen bereitet und der die größte Gefahr darstellt heute. Und das sind diese Managed Services oder Specialized Services. Man hört oft Managed Services, aber ich nenne es lieber Specialized Services, weil es da wirklich um spezielle Dienste geht. Beispiele. Man hört oft so, dass diese zeitkritischen Dienste Managed Services sind. Ebenso etwas wie das IPTV oder wie Voice-over-IP oder medizinische Bildgebung wird da als Beispiel genannt. Das sind auch so ziemlich die drei, die meistens kommen, wenn man mit den Kritikern spricht. Es gibt nicht viele gute Beispiele, wofür es solche Managed Services wirklich braucht und wieso es technisch notwendig ist, dass etwas wirklich schneller behandelt wird. Aber das ist die eine Kategorie. Viel kritischer ist es, dass wir in den Managed Services in diesem Bereich auch das haben, was die BWLer in den ISB Departments gerne Value-Added Services nennen. Das heißt, das sind diese neuen Dienste, über die ich als Internetkonzern nochmal mehr Geld verdienen kann, über die es mir möglich ist, wie wir es auf der nächsten Folie sehen werden, eben meinen Kunden nochmal extra was anzubieten und ein Produkt zu schnüren, das mich von meiner Konkurrenz abgrenzt und dadurch einfach ganz neue Geschäftsmodelle möglich macht. Und der Kern der Debatte liegt in der Definition von diesen Specialized Services. Was darf da reinfallen und was nicht? Weil das IP, die Infrastruktur sein wird, für so ziemlich jede Art der Informationskommunikation und Kulturaustauschwege in den nächsten Jahren, das ist allen klar. Die Frage ist, zu welchen Spielregeln und wenn wir Extrakategorien haben müssen, dann wie sind die genau definiert? Ich bringe das jetzt hier noch, weil wir hier noch dieses Bild haben. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir für die Provider, die ja oft schon an den Grenzen der Kapazität ihrer Netze sind, macht es Sinn, den Best-Effort-Teil ihres Netzes zu reduzieren, um bei diesen Managed Services mehr Geld abzunehmen. Wenn ich über mein normales Internet, mein 50 MBT-UPC, eh alles nutzen kann, was ich im Internet haben will, habe ich keinen wirklichen Bedarf, irgendeinen Managed Service dazu zu kaufen, wofür ich ja noch mal extra Geld ausgeben muss. Und wenn ich mit meinem Datenvolumen bei drei auskomme, um mein Musikstreaming zu betreiben, werde ich da auch nichts dazu kaufen. Das heißt, hier gibt es auf einmal einen wirtschaftlichen Anreiz für eine künstliche Verknappung. Ich will weniger Best-Effort, um mehr Managed Service verkaufen zu können. Jetzt erinnern wir uns an diesen Fall, Deutsche Telekom mit ihrem Spotify-Deal oder wie sie heute heißt, die Drosselcom. Das war genau das. Ich führe eine künstliche Verknappung ein im Festnetz. Ich sage, es gibt eine Volumensgrenze und darüber werden alle gedrosselt. Aber es gibt eine Ausnahme, es gibt eine Überholspur, die kann ich mir kaufen als Kunde, da ist dann dieser Service in meinem T-Entertain-Paket dabei und der wird nicht verlangsamt, auch wenn mein Datenvolumen aufgebraucht ist oder Google kann zum Beispiel hergehen und extra zahlen und dann ist YouTube auch ausgenommen von dieser Drossel. Das war eines der größten Beispiele, aber es gibt noch mehr. Orange Schweiz und Zatto ist genauso ein Beispiel. Zatto ist ein Internet-TV-Anbieter, den man ganz normal im Netz gucken kann. In Österreich geht das aus Urheberrechtsgründen nicht, aber der ist mehr oder weniger weltweit verfügbar, da kann ich Fernsehen schauen on demand im Internet. Und bei Orange Schweiz gibt es einen Tarif, wo ich das Datenvolumen, das ich darüber verbrauche, einfach ausnehme aus meinem sonstigen Vertrag. Das ist genauso wie die Deutsche Telekom unserer Meinung nach ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität und das dürfte es eigentlich nicht mehr geben und das wäre auch illegal nach den Gesetzen der Niederlande und Sloweniens. Jetzt kommen wir nach Österreich. In Österreich hat T-Mobile dieses tolle Deezer-Angebot, das ist Musik Streaming und da steht auch ganz groß dabei, unlimitiert Musik hören, 20 Millionen Songs und das kann ich über meine Mobilfunke dazu buchen. Ist das eine Netzneutralitätsverletzung? Nein, das ist nur Marketing. Das wird genauso abgerechnet wie alle anderen Daten und wenn mein Datenvolumen aufgebraucht ist, dann habe ich nur noch 64 Kilobit pro Sekunde und es ruckelt, aber es geht noch und darauf reden sie sich aus. Es ist unlimitiert, aber es ruckelt halt. Wieso machen die das? Die machen das, weil die Provider aus gutem Grund Angst haben vor den Regulierungsbehörden und vor dem Gesetzgeber. Sie wissen, dass das gerade der Kampf ist, um den es geht und den sie nicht verlieren wollen. Deswegen werden sie jetzt einen Teufel tun mit allzu großen Anforderungen nach außen gehen, vor allem in Österreich, was ja der Testmarkt ist für Mobilfunk in ganz Europa und sich da von vornherein etwas verbauen. Deswegen ist das ein Tarif, der in den Netzseutralitätsgesetzen so in Slowenien und den Niederlanden und auch unserer Meinung nach erlaubt sein sollte. Es gibt auch in den Niederlanden zum Beispiel Spotify-Tarife, aber die haben eben genauso wie hier T-Mobile Österreich keine Priorisierung dabei und das Datenvolumen wird genauso abgerechnet wie sonst auch. Aber der Provider kann sich abgrenzen von seiner Konkurrenz damit. Noch ein Beispiel aus Österreich. Drei. Drei hat TV-Angebote, die ich mir als Zusatzpaket kaufen kann und auch das ist kein Verstoß der Netzneutralität. Da nähern wir uns schon im Kern der Debatte. Ich gehe danach noch auf Definitionen ein, aber dieses TV-Paket von drei ist kein Problem, weil ich das nur im Netz von drei nutzen kann und es das als Dienst nur im Netz von drei gibt. Wenn ich diese 3-Planet-App runtergeladen habe und fernschauen will und ich bin im WLAN, dann geht das nicht. Ich muss ins Mobilfunknetz gehen, damit ich diesen Dienst nutzen kann. Das heißt, das erfüllt unsere Definition von einem Specialized Service, weil es etwas ist, das es so nicht auch im Internet gibt. Das ist der Kern der Debatte. Darauf kommen wir zurück, aber zuerst noch ein bisschen über die Stakeholder. Wir haben dieses Projekt gemacht, Wahlmonitor.at, Wahlprüfsteine zur Netzpolitik für unsere Nationalratswahl. Da haben wir alle neun kandidierten Parteien nach elf Themen der Netzpolitik befragt, was ihre Lösungen sind für die großen Herausforderungen. Und man sieht hier schön, Netzneutralität, das sind alle irgendwie ganz gut, nur Team Stronach hat irgendwie, glaube ich, gar keine Ahnung gehabt, worüber wir überhaupt reden. Und die haben meistens geraten mit Ja, Nein und waren meistens leider falsch. und ja, im Kern ist es leider müßig hier nach Netzneutralität zu fragen, weil die Parteien wissen, das ist ein europäisches Thema. Gestern bei der Politiker-Diskussion habe ich auch gefragt, wer ist für eine nationalstaatliche Lösung, wenn die EU scheitert. Also wir sehen, da gibt es im Moment halt so ein bisschen das Bewusstsein, ja, die EU wird das eh machen oder auch nicht, aber wir können uns abputzen und müssen uns nicht klar positionieren. Deswegen Gefälligkeitsantworten. Die großen Mobilfunkkonzerne in Österreich sehen das schon anders. Also der Chef von drei sagt offen, entweder Google zahlt oder der Kunde. Der will einfach, der weiß was er will, der hat genau vor Augen, wie er mehr Geld verdienen kann mit seinem Asset, mit seinem Netz und für den ist klar, dass es in die Richtung gehen muss. Genauso auch der lieber Herr Ametsreiter, ich habe hier ausnahmsweise mal nicht seinen Saga von We own the infrastructure, so we should decide who uses it, sondern ich habe mich auf ein Standardinterview mit ihm bezogen, was wir geführt haben und da haben wir zwei Fragen gestellt, einmal so wie er auf Netzseutralität reagieren würde, wenn das in Österreich beschlossen wäre und er rät sich halt auch auf die EU aus, also das ist auch stimmig mit der gesamten offiziellen Meinung von vielen Offiziellen in dem Feld. Und auch zu DPI hat er sich ganz interessant geäußert, seines Wissens nach gibt es das nicht. Ich finde das ein bisschen lächerlich, wenn der CEO von einem Unternehmen nicht weiß, ist, ob die da massives Investment getätigt haben, um solche Zensurinfrastruktur zu kaufen oder nicht. Das wird er wissen, aber er will es halt nicht sagen. Anderes Beispiel, um das abzuschließen, ist UPC. UPC ist ja in Österreich nur eine Tochter eines internationalen Konzerns von Liberty Global und die äußern sich im nationalen Diskurs überhaupt nicht zu dem Thema. Also die haben einen Maulkorb davor und das wird von der internationalen Konzern-Zentrale gesteuert, dieses Thema. Die bringen sich auch massiv in Brüssel ein, aber die machen eben national nichts. Die Arbeiterkammer als Konsumentenschutzorganisation warnt schon vor dem neuen Vorschlag der EU-Kommission und meint, das kann es nicht sein, zwei Klasseninternet ist schlecht für die Konsumenten. Da haben sie recht. Ich muss ein bisschen, ich habe noch viel, deswegen werde ich mich beeilen. Die RTR, auch ein großer Freund von uns, die Regulierungsbehörde, die hat ein Positionspapier veröffentlicht, wo sie ihre Meinung zur Netzneutralität veröffentlicht haben und mal irgendwie dadurch sehr den Diskurs in Österreich befeuert haben. Wir waren auch sehr glücklich darüber, weil das vor allem gemeinsam mit der Drosselkomm-Geschichte, das war gleichzeitig und dadurch hatten wir eine wunderbare Rutsche in die Medien, weil wir auf einmal ein deutsches Thema hatten, das dort groß war, in der Tagesschau, in Spiegel Online, in allen großen Medien und wir hatten einen Österreich-Bezug über das RTR-Papier. Was steht in diesem Papier drin? Die ersten drei Punkte sind gut, es gibt ein generelles Bekenntnis zur Netzneutralität, Abweichungen nur mit ausreichender Begründung. Das Problem ist dann hier so, Punkt vier vor allem, weil den finden wir auch schon in der EU- Regulierung. Man glaubt, dass man das so fassig trennen kann, diese Specialized Services und das Best-Effort-Internet, man lässt beide existieren und sagt einfach aber streitet euch nicht, also der eine darf der andere nicht auffressen, obwohl das Unternehmen, das diese Produkte macht, ein klares wirtschaftliches Interesse hat, auf diese Specialized Services zu setzen, weil da ist mehr Geld zu holen. Aber auch hier in Punkt vier gibt es diese Idee von, wir können beides zulassen und schauen einfach, dass sich das gute Best-Effort-Internet nicht verschlechtert. An sich sehen Sie Specialized Services auch als etwas Mögliches unter Punkt fünf und ja, auf den Rest gehe ich jetzt nicht mehr ein. Es gibt die Stellungnahme und das Positionspapier auf unserer Netz.at zum Lesen. Kommen wir zur EU. An sich, vielleicht als Basis, wir reden von einer EU-Verordnung. Eine Verordnung ist etwas, das die EU erlässt und das sofort geltendes Recht ist in allen 28 Mitgliedstaaten. Das heißt, das ist keine Richtlinie, das ist nichts, was wir da nochmal umsetzen müssen in unser österreichisches Gesetz, sondern das gilt, wenn es beschlossen wird, genauso wie es dort als Text beschlossen wurde in allen Ländern. Das heißt auch, dass es endgämen. Was da durchkommt, ist Gesetz und wahrscheinlich auch für mindestens das nächste Jahrzehnt. Um das Kind beim Namen zu nennen, geht es hier um die European Single Market for Electronic Communications Verordnung. Auf einer Metaebene kann man mal sagen, dass das ein extrem knapper Zeitplan ist. Eben am Donnerstag wurde das Teil veröffentlicht. Im Mai sind Europawahlen. Das heißt, dass man das jetzt hier noch durchbekommt, ist wahnsinnig schwierig. Da muss man sich sehr beeilen. Und das ist vor allem schwierig, weil hier wirklich viele handwerkliche Fehler gemacht wurden. Also rein juristisch, die EU hat ganz viele neue Begriffe definiert in dieser Verordnung, die es davor noch nirgends gab. Zum Beispiel schwere Straftat. Das wurde vorher noch niemals definiert und die haben das jetzt hier in einem Telekommunikationsgesetz definiert. Sie definieren auch Provider, ganz neu, anders als alle anderen Regulierungen. Deswegen ist das schon mal so zu kritisieren, einfach von der Qualität des Ganzen her. Wenn man dann aber weiter schaut, sieht man schon, das Ganze ist mehr oder weniger das, was aus dem Ethics-Projekt als Resultat herauskam. Ethics ist ein paneuropäisches Projekt, das steht für Economics and Technologies for Inter-Carrier Services. Da merkt man schon Inter-Carrier Services. Das ist genau dieses Spotify, Google, YouTube wollen irgendwie mit den anderen Anbietern kooperieren. Das waren auch die Teilnehmer in diesem Projekt. Die haben da etwas ausgearbeitet, was in großen Teilen auch wirklich in der Verordnung wiederzufinden ist. Und das FDW, das ist der Bezug zu Österreich, das Forschungszentrum Telekommunikation in Wien, ist auch offizieller Partner von diesem Ethics-Projekt. Und wenn man mal auf die Homepage schaut, dann sieht man auch sehr viele aufschlussreiche Texte. Da gibt es so etwas wie Quality of Experience Studies. Also wie langsam kann ich Internet machen, bevor die Nutzer sich aufregen? Das erforschen sie. Dazu gibt es Daten und wissenschaftliche... Also ganz spannend, in welche Richtung die da Geld investieren. Auch noch ein bisschen auf der Meta-Ebene. Worum geht es hier mal global, abseits von Netzneutralität. Es geht um Single Market. Es geht darum, diesen Grundgedanken der Europäischen Union, dass wir alle ein Wirtschaftsraum sind. Und ich die Kartoffeln irgendwie von Spanien nach Frankreich zum Schälen und nach Italien zum Waschen bringen kann. Diese Idee, dass es da keine Grenzen mehr gibt, das wollen sie jetzt auch im Telekommunikationsmarkt. Das heißt, anstatt dass wir viele kleine nationale ISPs und Mobilfunker haben, haben wir nach diesen Plänen in fünf Jahren nur noch eine Handvoll großer. Das heißt, dann gibt es nicht mehr meine nationalen 3, 4, 15 Player, sondern wirklich nur noch europaweit eine Handvoll. Und die Frage ist, ist das an sich eine gute Idee? Also die Hoffnung ist, dass man sich damit Geld anspart und die Produkte billiger werden. Gleichzeitig, wir haben genauso eine Konsolidierung des Telekommunikationsmarktes in den 80er Jahren in den USA gesehen. Und wozu das geführt hat, ist heutzutage definitiv nicht mehr Glasfaser in den USA. Im Gegenteil, die lassen sich jetzt ihr Glasfaserfunk Google legen. Also ob so ein europäischer Wirtschaftsraum und eine Zentralisierung von Infrastruktur, von Internetinfrastruktur wirklich der richtige Weg ist, wäre zu diskutieren. Aber kommen wir zurück, kommen wir zu diesem EU-Verordnungspaket, was mich zumindest die nächsten neun Monate ganz viel beschäftigen wird. Nelly Cruz hat einen sehr guten Schachzug gewählt. Sie hat nämlich zwei Themen miteinander verknüpft. Das eine ist Roaming, das andere ist Netzneutralität. Roaming ist das tolle EU-Thema, was jeder versteht. Damit haben sich andere Kommissarinnen schon sehr beliebt gemacht in der Bevölkerung, weil das Abschaffen von Roaming ist, was die Leute verstehen. Da bekommt man sie. Das ist was, was vor allem in einem EU-Wahlkampf wunderbar funktioniert für europäische Parlamentarier, die ihren Job behalten wollen. Wenn sie am Ende ihrer Amtsperiode oder bevor sie wiedergewählt werden wollen, noch so etwas verabschieden können. Und dass da auch Netzneutralität mit geregelt wird, fällt vielleicht niemanden auf. Das ist in der Kommunikationsstrategie für uns das große Problem, dass wir diese zwei Dinge voneinander trennen müssen. Gehen wir mehr auf die Verordnung ein. Es gibt auch gute Punkte, lustigerweise gute Punkte, die wir auch in unserem Positionspapier schon so drinnen haben. Vielleicht am spürbarsten für alle, es gibt nicht mehr nur Maximalbandbreiten, also bis zu 7 Mbit, sondern es gibt auch Minimum- und Durchschnittswerte. Das heißt, sie müssen angeben, wenn alle im Haus gerade BitTorrent machen, wie viel geht dann richtig meine Leitung durch? Und was ist das statistische Mittel, was ich mit dieser Internetleitung an diesem Standort rausbekomme? Auch das müssen sie angeben hier. Und das wären komplett neue Informationen, die eigentlich schon längst überfällig sind. Genauso müsste es Speed-Tests geben und die Maßnahmen zur Stauvermeidung sollen offengelegt werden. Also was tut einem Provider, wenn es gerade wirklich so ein Bottleneck gibt? Wie löst er diesen Stau auf? Negativ finden wir aber daran, dass die Informationen zur Marktsituation, dieses Beobachten, ob sich Oligopole rausbilden in diesem neuen Regime, die werden nur in die Kommission weitergegeben und nicht in die Öffentlichkeit. Viel drastischer ist aber der Punkt, dass die Internet-Provider wieder einmal zu Hilfsherrechts degradiert werden. Wir haben hier ganz, ganz verrückte Bestimmungen zu Verbrechensbekämpfung und Verhinderung. Das ist ein bisschen eine Sollbruchstelle und ich finde es immer noch unfassbar, dass die Kommission sich das getraut hat. Wir haben hier als erste Ausnahme der generellen Gleichbehandlung aller Daten im Internet diese Bestimmung, dass ich Netzneutralität aushebeln darf, wenn ich eine rechtliche Bestimmung implementiere. Eine rechtliche Bestimmung, das kann so etwas sein wie Internetzensur oder Free Strikes, findet sich auch als solches im niederländischen Gesetz, muss man dazu sagen. Das Implementieren eines Gerichtsbeschlusses, das haben wir auch im slowenischen Gesetz drinnen, was auch legitim ist, glaube ich muss man so hinnehmen, aber der letzte Punkt, der ist neu, den gab es weder im niederländischen noch im slowenischen Gesetz, nämlich dieses Prevent or Impede Serious Crime. Also das Verhindern oder Erschweren von Straftaten. Was ist das Erschweren von Straftaten? Das ist, du linkst auf Pirate Bay, damit müsstest du ja eigentlich schon so ein bisschen die Straftat Vorschub leisten. Das heißt, auch das Linken auf illegalen Content könnte damit schon zu Sperrlisten führen. Also vor allem dieses nicht nur Verhindern, sondern auch Erschweren von Straftaten ist ein großes Problem. Und eben schon, wie gesagt, Serious Crime wird hier genannt, wird zum ersten Mal verwendet auf EU-Ebene, das ist nirgends sonst definiert. Wir kennen das aber schon von einem anderen lieben europäischen Gesetzeswerk, nämlich der Vorratsdatenspeicherung. Auch dort steht Serious Crime drinnen. Und wir erinnern uns, das war ein Mittel zur Antiterrorprävention. Aber wofür wurde es verwendet? In Österreich wird Serious Crime umgelegt auf Stalking. Für Stalking-Delikte wird in Österreich die Vorratsdatenspeicherung verwendet. Und das ist genau dasselbe Serious Crime. Und dieselbe Gefahr droht uns auch hier, dass etwas, das ursprünglich als Antiterrormaßnahme und nur für schwere, schwere Straftaten verwendet wurde oder gedacht war, auf einmal auf einer viel breiteren Basis zum Einsatz kommt. In dieser selben Doktrin von ISPs als Hilfs-Sheriff ist auch noch etwas anderes Lustiges zu nennen. Das ist eigentlich nur noch lächerlich. Es gibt hier auch einen Paragraph, der sagt, Provider müssen Informationen über Informationen von öffentlichen Stellen, hauptsächlich wahrscheinlich von Behörden, also von Strafverfolgungsbehörden, an ihre Nutzer weiterleiten. Vor allem eben auch für Copyright Infringements. Also da wird es wahrscheinlich dann von Provider E-Mails geben, wo drinnen steht, ja und ja, nicht auf diese oder jene Website surfen oder da und da gibt es ein Problem im Internet. Aber es gibt eine Informationspflicht, daran müssen sich die Provider halten und die müssen ihre Kunden sozusagen mit diesen Informationen versorgen, die von staatlichen Stellen kommen. Macht aus unserer Sicht ganz wenig Sinn. Zum Kern. Dieses Specialized Service Thema ist für mich so wirklich eine der zentralsten Fragen, mit der wir entweder diese Netzneutralitätsdebatte lösen, sodass wir etwas haben, was für die nächsten zehn Jahre die Offenheit des Internets garantiert oder wo wir verlieren werden und sich die Struktur radikal verändern wird. Und das Interessante ist, dass hier die Definition von Specialized Services wirklich der Kern der Sache ist. Und ich bringe ein paar Beispiele. Was mir sehr gut gefällt, ist das slowenische Modell. Die definieren in ihrem Gesetz, dass so wie ich es eingangs schon gesagt habe, ein Specialized Service darf nicht sein, was es so auch im Internet gibt. Wenn ich mir was Neues ausdenke, wenn ich in meinem Netz IP verwende, um meinen Kunden was anzubieten, dann ist das kein Problem. Aber sobald es ein Dienst ist, der auch so im Internet existiert, habe ich ein Problem. Wenn es das ZatoTV ist oder das Spotify Musik Streaming und auf einmal dieser eine Anbieter im Internet einen Vorteil kaufen kann, dann habe ich ein Problem. Wenn ein Provider irgendwas daneben anbietet, sei es drum. Das sei Ihnen gegönnt. Die selbe Logik findet sich auch im Berek Papier. Die Definition finde ich fast noch besser, weil sie eben genauer ist. Aber da geht es eben auch darum, dass Specialized Services nur in geschlossenen Netzwerken unter strikter Zugangskontrolle ausgegeben werden können. Das ist halt wieder auch genau derselbe Gedanke von, wir haben hier Internet und dann haben wir diese Specialized Services, aber da gibt es eine klare Trennlinie und du kannst nicht eines ins andere rüberschieben oder dich da reinkaufen. Und jetzt kommen wir zur EU-Kommission. Die generelle Definition von Specialized Service habe ich gar nicht hingeschrieben. Das ist so, Specialized Service means electronic communication services or any other service that provides the capability to access specific content, application or service or a combination thereof. Also everything goes mehr oder weniger. Das wird dann noch eingeschränkt mit, dass es nicht substanziell das normale Internet verschlechtern darf und dass es nicht vermarktet oder verwendet werden darf als Ersatz fürs Internet. Das sind zwei sehr schwache Beschränkungen, die man da drinnen findet. Also überhaupt mal, was ist eine substanzielle Verschlechterung? Das ist nirgends sonst definiert. Da müssten die Gerichte sich fünf Jahre lang damit beschäftigen. Und das ist nicht meine Meinung, sondern von Juristen von der Gegenseite, von Providern, die dann meinen, okay, wenn das so kommt, wissen wir, fünf Jahre lang sind die Gerichte beschäftigt. Allein, was dieses substantially bedeutet. Also enorme Rechtsunsicherheit. Wir haben aber von Bits of Freedom, unseren Freunden in den Niederlanden, schon Informationen, dass es von Kommissionsmeinung her natürlich auch so ausgelegt sein kann, dass ein Facebook-Paket um 2,50 Euro damit kein Problem ist. Weil das ist ja kein wirklicher Ersatz fürs Internet, das ist nur eine billige Zugangsoption, ein spezieller Dienst. Und damit wäre es sozusagen möglich, wirklich einzelne Dienste, die großen Player könnten sich an der Stelle, wo es am wichtigsten ist, nämlich da, wo einkommensschwache Menschen sich Internetzugang kaufen, einfach einen Vorteil erschleichen, der gesellschaftspolitisch und auch wirtschaftlich einfach nicht verhandelbar sein sollte. Und dieses Ding, diese Grafik, die ist eigentlich schon alt, die kommt noch aus der Safety Internet Campaign Zeit und ist eigentlich die Dystopie von Aktivisten wie mir, wie das Ganze mal ausschauen könnte, dass ich eben für jeden Dienst extra meine Dollar zahlen kann und dann habe ich Zugang zu CNN oder Hulu und ich muss halt überall noch ein paar Münzen einwerfen. Diese Dystopie wäre mit diesem Gesetz legal. Nicht nur legal, sondern es gibt sogar diesen schönen Ausdruck da drin, Kunden sollen die Freiheit haben, Deals über Specialized Services abzuschließen. Also die Freiheit, Ungleichbehandlung einzukaufen. Und ich komme langsam schon zum Ende. Es gibt dieses schöne Zitat, ich lese es mal einfach vor, ihr dürft es dann raten, von wem es ist. Und wer hat das gesagt? Unsere liebe Nelly Kruz, dieselbe Kommissarin, die genau diese Verordnung am Donnerstag vorgestellt hat. Sie hat das aber gesagt 2010 im ITRE-Ausschuss zu ihrem Amtsantritt. Diese Frau hat mit uns ein Spiel gespielt über ihre gesamte fünfjährige Periode, spielt sie mit uns und versucht dieses Thema so immer als Karotte hinzugeben. Und sie sagt bei einem Interview das eine und im anderen Interview das komplett andere. Und dieses Spiel haben wir jetzt ganz lange mitgespielt. Jetzt hat sie endlich die Karten auf den Tisch gelegt. Und die Strategie ist mehr oder weniger klar. Wir haben jetzt noch bis zum Mai Zeit. Und wir müssen uns durchsetzen gegen eine enorme Lobby, weil an der Stelle hängen einfach wirklich die Interessen der großen ASBs in Europa dran. Die sehen sich als klare Gewinner in diesem Spiel. Und auch die Interessen der großen Content-Anbieter, weil die haben die Möglichkeit damit ihre Marktpositionen auf die absehbare Zukunft hin einfach abzusichern. Weil wenn ich so einen Deal mal habe und für jeden Kunden die Default-Option bin, wenn es um SIG-Streaming, Social Networks oder was auch immer geht, dann wird es mit der Konkurrenz ein bisschen schwierig. Deswegen kommt jetzt so ein bisschen der Call to Action und der Aufruf für mehr Aktivismus. Wie gesagt, wir haben Wahlen, auch jetzt nicht nur Ende September, sondern eben im Mai 2014 auch auf EU-Ebene. Und es liegt an uns allen hier in diesem Saal und auch in ganz Europa, dieses Thema zum Wahlkampf zu machen und diese Verordnung zu kippen. Entweder zu kippen oder zu fixen. Das ist die strategische Entscheidung, die jetzt gerade getroffen wird. Können wir das Teil irgendwie retten in der Zeit, die uns bleibt? Oder ist es etwas, das nicht zu retten ist und das abgeschossen werden muss? Wichtig für all diese Dinge sind, wir sind auch nur eine kleine Gruppe von Leuten, die das alles ehrenamtlich tut, was wir tun. Deswegen brauchen wir immer mehr Leute, die zu unseren Treffen kommen, die sich auf die Mailingliste subscriben und aktivierbar sind, wenn es jetzt gerade darum geht, die Abgeordneten anzuschreiben, anzurufen, ihnen Faxe oder Briefe zu schicken und ihnen klarzumachen, wieso das nicht geht. Europäische Parlamentarier haben die interessante Eigenschaft, dass sie einigermaßen gut auf Argumente reagieren. Also da gibt es auch eine reale Chance, dieses Thema umzureißen, wobei wir uns natürlich gegen Roaming durchsetzen müssen an der Stelle. Und zuletzt will ich auch noch sagen, dass wir alle als netzpolitische Zivilgesellschaften und Vereine auf Spenden angewiesen sind. Zum Betrieb unserer Infrastruktur und vor allem auch für diese ganzen Reisen nach Brüssel, die man für solche Projekte leider machen muss. Weil, um dort wirklich gehört zu werden, muss man vor Ort sein, das ist leider nicht aus Österreich machbar. Da muss man vor Ort sein. Gut, ich komme eh auch schon zum Ende. Hier hätten wir jetzt nochmal das europäische Gesetzgebungsverfahren. Aber im Moment ist das noch graue Theorie, es gibt noch nicht mal Berichterstatter. Also wir sind noch so ganz am Anfang von dieser Spirale. Und ja, aber es zeichnet sich in den nächsten Tagen alles ab. Wer mehr darüber erfahren will, sollte einfach mal zum nächsten Netzseutralitätstreffen kommen. Das wird am kommenden Dienstag sein. Wer auf unser Netz.at geht und sich dort mal auf die Mailingliste subscribt, kriegt auch eine E-Mail, wann das nächste Treffen ist. Für alle anderen weiteren Fragen, Kommentare und Whistleblowing bin ich jetzt noch hier und da ist meine E-Mail-Adresse. Danke. Applaus